Sebastian Kautz ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Maskenspieler. Leben Er studierte Schauspiel von 1990 bis 1994 an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartoldi, Leipzig. Von 1993 bis 1994 arbeitete Sebastian Kautz als Radiomoderator bei NRG Sachsen. Es folgten Theater-Argagemas, Schauspielhaus Leipzig, Karussell-Theater an der Parkaue Berlin, Renaissance-Theater, Schiller-Theater-Werkstatt, Volksbühne. Von 1997 bis 2005 war er Mitglied der Bremer Shakespeare Company. Seit 2006 ist er freischaffend. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet er auch für Film und Fernsehen. 2011 gründete Sebastian Kautz seine eigene Theater-Kompanie Bühne Zipolla Figuren-Theater für Erwachsene mit Live-Musik. Theater Rollenauswahl Cassio Romeo Edmund Astro Flieger Kullen Benedikt David Morvan Faust Mercutius Timo Fay Johnny Gervasius Wang Knorke Gena Sebastian Kautz inszenierte an der Bremer Shakespeare Company ein Sommernachtstraum Coriolan Julius Cesar Ende gut Alles gut Komödie der Irrungen Timon aus Athen Der Bau Williams-Witwin-Revue 2012 inszenierte er Der Sturm Für die Shakespeare Company Berlin Für Bühne Zipolla inszenierte er Mario und der Zauberer Weserwärts Maskentheater Theatro Delusio Hotel Paradiso Das Wintermärchen Bühne Zipolla Mario und der Zauberer Weserwärts Geschichten aus und über Bremen Bestie Mensch Filmografie 1987 1887 Stielke Heinz 15 2012 Tatort Ordnung im Lot Tatort Blablok Alarm für Cobra 11 Die Sturmflut Der Tunnel Jenny Berlin SK Kölsch Zugriff Anke Auszeichnungen Schwerter Kleinkunstpreis 2010 Jurypreisfestival Mostra International De Teatro de Ribadavia Spanien 2008 Publikums- und Jurypreisfestival Danjo 2008 Schwerter Kleinkunstpreis 2007 Sonderpreis der Intige Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen E.V. Deutschland 2000